Was geht ab Leute? Heute erkläre ich euch mal, wie ihr die Vorförderpumpe aus eurem E46 erneuern könnt, besser gesagt ausbauen könnt. Vor etwa einem Jahr, also am 19. März 2016, kurz vor Ostern, hatte ich nämlich das Glück, eine Leckage unter meinem Auto vorzufinden, was auf den Tank zurückschließt. Am Tank hat es nämlich runtergetropft und da war ich erstmal ein wenig erschrocken. Ich dachte, es wäre erst der Tank. Der war es zum Glück nicht, weil das Auto liegt halt auch nicht so tief, dass es eigentlich eine Bestätigung davon tragen könnte, wenn man irgendwo rüberfährt. Von daher war das eigentlich für mich ausgeschlossen. So hatte ich für mich persönlich zwei andere Sachen, die mir einfielen und das war erstens mal die Vorförderpumpe oder die normale Kraftstoffförderpumpe oder eben eine Leitung, die da zwischen den beiden herläuft. Meine Vermutung hat sich auch ein bisschen bestätigt. Ich hatte dann die Rückbank runtergenommen, denn unter der Rückbank befinden sich zwei Löcher links und rechts und hinter dem Beifahrer befindet sich die Vorförderpumpe. Und hinter dem Fahrersitz befindet sich nochmal eine Pumpe, das ist die normale Förderpumpe. Die fördert dann eben vorne zur Einspritzung. Hier war es die Vorförderpumpe, die hinter dem Beifahrer sitzt. Die hatte oben an diesem Nippel, ich weiß nicht, ob es zur Entlüftung war oder keine Ahnung. Auf jeden Fall ist da so eine Art langer Stift dran und da war ein ganz kleiner Haares drin. Den konnte ich bis heute noch nicht entdecken, also ich wusste halt nur, dass es dadurch kommt. Als ich die Rückbank runtergenommen habe, habe ich halt schon dieses ganze vollgesiffte Teil da gesehen. Also es lief wirklich am Tank runter, weil wenn ihr die Rückbank runternehmt, seid ihr direkt am Tank quasi. Und auf dem Tank oben drauf sitzt halt auch diese Vorförderpumpe und da findet ihr eben doch den Schwimmer, der eben für die Tankanzeige im Cockpit verantwortlich ist. Auf der Pumpe selber sitzt eine Art überdimensional große Schelle bzw. Mutter, ne Ahnung. Auf jeden Fall sind da überall so Einkerbungen drin. Da müsst ihr mit einem Schraubenzieher und am besten mit einem Gummihammer ganz, ganz vorsichtig. Ich weiß nicht mehr, ob es gegen den Uhrzeiger oder im Uhrzeigersinn war, kann ich leider nicht mehr sagen. Müsst ihr selber rausfinden, ganz, ganz vorsichtig bitte. Und wenn ihr diese Schelle gelöst habt, könnt ihr die einfach abnehmen und dann könnt ihr ganz langsam die Pumpe rausziehen. Wichtig, ihr solltet niemals vollgetankt haben. Allerhöchstens halb voll. Ich hatte den Fehler nämlich gemacht, am Vortag vollgetankt zu haben und über den Tank kann man nichts mehr absaugen, da eine Art Gitter unten drin liegt in dem Tankstutzen als quasi Diebstahlsicherung. Ist auch nicht schlecht, nur leider in dem Fall war es halt doof, weil ich konnte keine andere Möglichkeit ziehen. Ich hatte auch keine Hebelbühne zu Hause, sodass ich irgendeine Kraftstoffleitung vorne abnehmen konnte und es daraus lassen laufen konnte. Also musste ich die Pumpe rausziehen und verantworten, dass eben ein hohes Maß an Kraftstoff, also Diesel, ausläuft. Bei mir war es sogar ein Viertel oder sogar ein Drittel Tank und das war halt schon ein bisschen ärgerlich. Ich hatte zwar eine Pumpe organisiert, so eine kleine Handpumpe, aber das lief nicht so wirklich reibungslos. Deshalb vorher nie volltanken. In den meisten Fällen ist aber nicht irgendein Haares drin, das sozusagen alles oben überschwappt, sondern dass einfach die Pumpe selber defekt ist oder die Elektronik nicht mehr funktioniert. Das heißt, es schaut auf den ersten Blick aus, als wäre die Batterie leer, weil der Anlasser rödelt. Es tut sich aber nichts. Der Motor startet einfach nicht. Und bei mir war es nämlich nicht das. Bei mir war es einfach ein Haares und es ist Diesel ausgelaufen. Und zum Glück habe ich das gesehen, denn während der Fahrt ist halt auch immer hinten schon alles gegengespritzt. Also auch an Auspuff und ich weiß halt nicht, wie das wäre, wenn es Benzin wäre. Das ist noch leichter entzündlicher. Auf jeden Fall, wenn euer Motor mal nicht startet und die Batterie topflop voll ist, dann solltet ihr auf jeden Fall die Vorförderpumpe oder eine von den Pumpen überprüfen. Denn da kann häufig der Fehler liegen. Das habt ihr schon häufig gehört, in vielen Forumen gelesen, viele Videos gesehen. An der Vorförderpumpe selber befindet sich eine Art Gummi, eine Art Dichtung. Diese solltet ihr definitiv mit erneuern, denn wenn ihr schon mal da dran seid, solltet ihr so viel wie möglich mit erneuern, weil das einfach Sinn macht. Mehr kann ich da jetzt auch nicht zu sagen. Ich habe die Teile größtenteils bei Amazon, aber auch bei Lehmann24, zum Beispiel das Gummi. Dann hinterher einfach alles wieder genauso einbauen, Stecker rein. Und ganz wichtig, solltet ihr den Kreislauf lange unterbrochen haben oder die Leitung leerlaufen lassen, die an der Pumpe dran war. Dann ist es ganz wichtig, bevor ihr den Motor startet, natürlich Zündung auf Stufe 2 machen und einfach erstmal den Kraftstoff zuvor wieder so ein bisschen entlüften, sage ich jetzt mal, dass quasi die Leitungen sich wieder mit Kraftstoff füllen können. Luft im System ist nie gut oder ist halt nicht förderlich. Deswegen solltet ihr erstmal ein bisschen entlüften oder leerlaufen lassen. Wenn ihr die Zündung anmacht, dann hört ihr auch, wie die Pumpe arbeitet. Das ist wie so ein kleines Turbinenrad und das hört ihr auf jeden Fall. Auch wenn ihr die Rückbank runter nehmt, dass die Pumpe quasi schon arbeitet. Soviel dazu. Hinterher natürlich alles wieder richtig zusammenbauen, prüfen. Bei mir war es aber auch so, ich hatte hinterher noch eine dementsprechende Unterbodenreinigung durchgeführt, weil der ganze Kraftstoff ist halt auch nicht so förderlich. Viele sagen, es ist konserviert, es ist nicht so schlimm, aber Diesel oder Kraftstoff unterm Auto ist nie gut. Von daher ist das nur so zu empfehlen. Ich hoffe, ich konnte euch weiterhelfen. Würde mich schocken, wenn ihr meinen Channel abonniert, das Video liked und kommentiert, wenn ihr kommentieren wollt. Ansonsten zieht durch. Ciao.